Sie möchten aktiv werden und die klassische Schmerzbehandlung ergänzen? Die Erfahrungsmedizin bietet dazu viele Ansätze. Allen ist gemeinsam, dass Sie die Symptome im Zusammenhang des ganzen Menschen sehen. Die Erfahrungsmedizin zielt darauf ab, sie in die Balance zu bringen und ihre Selbstregulation zu fördern. Basis jeder Erfahrungsmedizin ist ein gesunder Lebensstil. Bewegung, eine pflanzlich betonte Ernährung, wenig Alkohol, nicht rauchen, ausreichend schlafen und Entspannungsinseln im Alltag. Erfahrungsmedizinische Therapien sind sehr individuell. Sie erfordern häufig eine erweiterte Diagnostik. Vier Beispiele Die Phytotherapie. Sie nutzt das überlieferte Wissen über Heilpflanzen gegen Entzündungen und Schmerzen. Die anthroposophisch erweiterte Medizin. Sie berücksichtigt auch die seelischen und die geistigen Dimensionen des Menschen. Die Homöopathie. Sie verabreicht spezielle Arzneien nach dem Ähnlichkeitsprinzip, um die Lebenskraft ins Gleichgewicht zu bringen. Die traditionelle chinesische Medizin. Ihre manuellen Therapien und zahlreichen Arzneien schöpfen aus 3000 Jahren Erfahrung. Welche Erfahrungsmedizin Sie auch wählen, wenden Sie sich an eine vertrauenswürdige Fachperson. Die Gemeinde. Sie verabreichtность des Lebensfeldes Untertitelung.س Vielen Dank.